Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Dieses Video ist das Folgevideo von dem anderen mit der schwarzen Magie. Denn hier in diesem Video möchte ich mit euch zusammen aufklären, wie wir die Welt tatsächlich retten können. Und es ist nicht schwer. Jetzt das Video im Hintergrund trägt die Energie von dem Halschakra. Ja, das ist ganz wichtig auch in dem Prozess, was ich euch gerne erklären möchte. Es geht um die Worte und Gedanken. Und die Energien von dem Video unterstützen uns natürlich zusätzlich, wenn wir auch nachher am Ende eine gechannelte Meditation werden machen. Ja, wie kann man jetzt die Welt retten? Die Aufgabe der Lichtarbeiter, welche sich viele vorgenommen haben, die jetzt in dieser Zeit auf der Erde sind, eben die Welt zu retten. Die Welt in die höheren Dimensionen wieder zurückzubringen und eben, ja, Fülle, Gesundheit, Leichtigkeit alles auf die Erde bringen möchten. All das, was zurzeit fehlt. Denn wir befinden uns ja tatsächlich in einer sehr harten Zeit, wo das Gute und das Böse miteinander kämpfen. Und wir sind mittendrin. Wie können wir das beeinflussen? Es ist tatsächlich ganz einfach. Ich erzähle euch dazu ein kleines Beispiel. Und zwar, auf einer kleinen japanischen Insel, wo viele Affen leben, haben Wissenschaftler vor längerer Zeit, wirklich schon ewig lange her, begonnen, die Affen mit Süßkartoffeln zu füttern. Und das hat denen am Anfang nicht so geschmeckt. Dann begangen die, die Süßkartoffeln zu reinigen, also die Erde wegzumachen. Und dann haben die das gegessen. Und es haben sich also andere Familien, Affenfamilien, abgeguckt. Und als es ungefähr so 100 Familien waren, 100 Affen waren, die das taten, auf einmal konnten das die ganzen Affen auf der Insel, wie von allein. Also es hat denen niemand weiter gesagt. Die konnten das wie von allein. Und noch dazu die anderen Inseln, die umliegenden Inseln, wo die Affen ja gar keinen Kontakt miteinander hatten, haben das dann auch auf einmal gemacht. Die haben die Süßkartoffeln einfach von der Erde befreit, gewaschen und dann gegessen. Und so hat sich das, und das ist das Phänomenale dabei, praktisch auf der ganzen Erde überall, wo man dann den Affen diese Süßkartoffeln gegeben hat, haben die das wie von allein gemacht. So, und was bedeutet das denn jetzt für uns? Das ist eine Energie, die über die Knotenpunkte des morphogenetischen Feldes als Information weitergegeben wird an alle Tiere da, an alle Affen in dem Fall. Und dieses morphogenetische Feld ist ja ein magnetisches Feld, was so um die Erde herum liegt und ist über verschiedene Knotenpunkte miteinander verbunden. Und Knotenpunkte findet man meistens dort, wo Kraftplätze sind. Ihr kennt diese Kraftplätze Stonehenge, die Externsteine, die Pyramide von Gizeh zum Beispiel. Und an diesen Punkten, wenn wir nun die Möglichkeit haben, zu diesen Punkten zu reisen, ist es noch viel einfacher. Aber auch wenn wir beginnen, ohne jetzt an so einem Punkt zu wohnen, wenn wir beginnen, mit unseren Gedanken die Welt uns so vorzustellen, wie sie sein soll, also mit all diesen, mit der Leichtigkeit der Fülle, der Gesundheit, ein leichtes Leben, ein schönes, erfülltes Leben mit der Verbindung zu Gott, sodass jeder in der Fülle im Reichtum leben kann. Dann fließen diese Energien, sobald die kritische Masse erreicht ist. Bei den Affen waren das 100. Nur, bei uns Menschen ist sie etwas höher. Aber, wenn wir alle beginnen, so zu denken, uns das so vorzustellen und zu manifestieren, fließt diese Energie in das morphogenetische Feld ein, von Punkt zu Punkt, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Und plötzlich machen das alle Menschen auf der Erde. Plötzlich haben alle Menschen auf der Erde den gleichen Wunsch. Und das ist unsere Kraft. Das ist wissenschaftlich bewiesen worden mit diesen Affen. Also, dieses morphogenetische Feld, das ist der Schlüssel dafür, dass wir die Welt ändern können. Und da können alle anderen Schwarzmagier sich schwarz ärgern. Das wird nicht klappen, wenn wir uns zusammentun. Jeder Einzelne ist wichtig. Und in dieses morphogenetische Feld einfach immer wieder die Energie der neuen Erde hineinsenden. Ist das nicht herrlich? Und ist das nicht wieder mal so einfach? Das ist ganz typisch geistige Welt. Erstens, wir tragen alles in uns, was wir brauchen. In dem Fall sind es die guten Gedanken und die guten Worte. Zweitens, wir haben alle Mittel. Das morphogenetische Feld steht uns ja zur Verfügung. Wir müssen es nur nutzen. Und dafür ist dieses Video da. Bitte erzählt das allen Menschen und verbreitet es, dass wir die Macht haben, uns von den negativen Dingen einfach zu lösen. Das ist wirklich nicht schwer, diese guten Gedanken zu haben. Und dann sind wir wieder in der richtigen Spur. Denn im Moment ist die Gegenseite viel zu stark. Viel zu stark, was da alles passiert. Wie weit die Freiheit noch von uns eingeschränkt werden soll, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Bald dürfen wir gar nicht mehr raus aus unseren Häusern oder Wohnungen. Damit ist jetzt Schluss. Wir beginnen die Welt zu verändern mit unseren Gedanken. Und dafür stelle ich euch natürlich meinen Kanal zur Verfügung. Denn wir werden jetzt gleich in das morphogenetische Feld eintauchen und diese Welt kreieren. Wer das andere Video nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben. Da könnt ihr das nochmal anschauen, das mit der schwarzen Magie. Damit ihr versteht tatsächlich, um was es geht und welche Macht die Gegenseite hat. Weil die nutzt diese Dinge. Im Moment ist in dem morphogenetischen Feld die Angst. Und es war eine kleine Gruppe von Menschen, die in diese Angst verfallen ist. Und dann hat sich das über das morphogenetische Feld, über die ganze Erde verbreitet. Und das ist für mich an sich so wie ein Kriegszustand. Wir befinden uns in einem Krieg, aber in einer ganz anderen Art. Ein Krieg, früher, wenn die Kriege waren, da waren das immer nur bestimmte Länder oder bestimmte Gruppen, die besonders tief in der Angst waren. Das hat sich nicht so sehr verbreitet. Nicht in dieser Schnelligkeit. Aber hier ist durch diese schwarze Magie die Angstenergie über das morphogenetische Feld geleitet worden und betrifft die ganze Erde. Das heißt also, die Gegenseite strebt natürlich die Machtherrschaft über die Erde an, über die komplette Erde. Und dann sind alle Menschen verloren. Dann ist es also tatsächlich aus. Dann ist nichts mehr mit Selbstbestimmung, sondern dann bist du so wie ein Roboter und machst nur noch, was die anderen wollen. Dem werden wir jetzt entgegenwirken. Und vielen Dank, dass du da bist, dass wir das jetzt zusammen machen. Oh ja, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir doch, wenn wir unser Bewusstsein öffnen und das neue Denken benutzen, dass wir dann in die richtige Spur wieder hineinkommen und die Welt in die göttliche Ordnung bringen. So, jetzt werde ich mich erstmal einsprühen, natürlich mit der 999. Die 999 bringt mich sofort in die höheren Dimensionen mit meinem Geist und macht die Verbindung dann viel einfacher zur geistigen Welt und für die Übertragung zu euch. Ich bitte um die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen, der heute hier anwesend ist. Und ich bitte auch um die Energie des Schutzes für mich selbst. Ich bedanke mich bei meinem Schöpfer dafür, dass ich heute hier sein darf und für dich diese Meditation überbringen darf. Mit der Kraft der Dankbarkeit öffnet sich mein Herz und ich stehe im Dienste für das Große und Ganze voller Freude. Und so bitte ich dich nun, in einem gemütlichen Tempo ein- und auszuatmen und dich ganz auf die Schwingungen der geistigen Welt einzulassen. Mit dem Wissen, dass du geschützt bist und dass die Liebe bei dir ist. Und in dem Moment, wo dir dies bewusst wird, magst du dich noch ein wenig näher fallen lassen. Dich fallen lassen und dich öffnen für die Liebe, welche dich umgibt. Es ist die Liebe des All-Einen, welche jetzt durch dich fließt, welche dich stärkt und welche dich ausdehnt. Und so probiere bitte jetzt, diese Liebe einzuatmen und dich mit dieser Liebe so weit auszudehnen, wie es dir möglich ist. Nehme dazu ein paar tiefe Atemzügel und lasse dich einfach fallen. Die Hände Gottes tragen dich und deine Seele wird dich führen. Ich werde nun für dich das morphogenetische Feld öffnen. Es erscheint vor dir ein energetischer Tunnel, eine Linie aus dem morphogenetischen Feld. Und du darfst nun dort hinein. Die Gedanken der Liebe, der Gesundheit, des Reichtums auf allen Ebenen, die Leichtigkeit des Lebens, die Freude, all diese positiven Dinge hineinsenden in diese Linie des morphogenetischen Feldes. Lasse die positiven Gedanken, so wie unsere Welt aussehen sollte, hineinfließen. Stelle dir vor, beginne bei dir, wie es dir gut geht, wie du gesund bist, wie du glücklich bist. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du diese Gedanken entstehen lassen kannst und hineinsendest in dieses Feld. Lasse die Erde erscheinen, deinen Planeten, deinen Heimatplaneten, wie er aufgestiegen ist, wie dort die Liebe und das Gute regiert. Vertraue und glaube, Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun lächle voller Freude und Dankbarkeit dafür, dass du all diese Wünsche, all diese Bilder, deine Visionen für ein besseres Leben in das morphogenetische Feld hinein fließen lassen darf. Lächle und freue dich dafür, wie schön doch alles sein kann. Du hast das perfekte Werkzeug erhalten und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Komme in dein Zuhause und stelle fest, dass du die Macht hast, die Welt zu verändern. Meine Lieben, es war wundervoll. Es war so schön. Ich habe ganz viele glückliche Menschen gesehen und natürlich manifestiert Gesundheit, Freude und Leichtigkeit. Wer mag, darf mir unter dem Video schreiben, was er alles manifestiert hat jetzt, was er alles in dieses morphogenetische Feld hineingeschickt hat, damit wir, wenn es geschrieben ist, damit wir da auch noch einen Austausch haben. Denn allein durch das Lesen erfolgt auch noch mal eine Manifestation. Und je mehr Menschen jetzt zum Beispiel Gesundheit in das morphogenetische Feld geschickt haben oder Freiheit, also je mehr Menschen die gleichen Dinge hineingeschickt haben, genau dies wird dann geschehen. Also die gleichen Dinge, wo die meisten Menschen sich darauf freuen, konzentrieren, das wird dann die Welt ändern. Deswegen ist es gut, wir können es noch mal lesen unter dem Video, weil dann ist es auch noch mal präsent. Ein ganz kräftiges, tolles Werkzeug, um die Gegenseite abzulösen. Und das haben wir mit diesem Video, mit dieser gechannelten Meditation in der Hand. Und ich weiß genau, dieses Video wird alle erreichen, alle Menschen erreichen, die dafür stehen, die die Welt wieder in die höheren Ebenen der Liebe hineinbringen möchten, die Aufgabe der Lichtarbeiter. Danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und ich habe euch wirklich so, so, so lieb. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles, alles Liebe. Bis dann. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Video. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Video. Ja, und wir sehen uns zum nächsten Video.